Hey Leute, was geht und willkommen zu Top 10 Designs of the Week Nummer 50. Auf dem 10. Platz haben wir Brizzy mit einem Schneeballschlacht-Banner. Hier finde ich ganz cool, dass er auch die Schrift in blau-gelb so gehalten hat, halt orange. Das es halt in dem Farbstil so passt. Und ja, ich finde den Banner generell ganz cool. Auch die Idee mit den Schneemännern, dass die halt auch an der Schneeballschlacht teilnehmen, sag ich mal. Und vor allem finde ich hier den Banner ganz stimmig, da er auch eine, finde ich, ganz gute CC bin. Und es hat nicht zu viel, nicht zu wenig. Passt genau für eine Schneeballschlacht. Ich finde die Schatten unter den Schneemännern zwar ein bisschen zu einfach gemacht, aber es sieht ganz okay aus. Auf dem 9. Platz haben wir Wackia. Und ich finde erstmal die Idee richtig cool. Nur die Umsetzung, die gefällt mir nicht so ganz mit diesem, ich weiß nicht genau, wie ich es sagen soll. Diese Bewegungsunschärfe halt zum Beispiel ganz rechts bei dem Zauberstab. Ich meine, es sieht ganz okay aus, aber es passt irgendwie nicht so wirklich rein, finde ich. Aber ansonsten finde ich den linken Teil voll cool, dass er so ein Portal öffnet, wo so ein Krakenarm rauskommt. Die Glowing Edges könntest du noch besser machen, aber sonst finde ich den Banner sehr cool, auch mit den Farben. Auf dem 8. Platz haben wir King Art mit einem sehr, sehr coolen Banner. Und mir gefällt hier einfach ganz gut die Farbe. Er hat nicht zu viele Lichteffekte reingebracht, nicht zu wenig. Ich finde die Farbe orange oder halt gelb, so halt goldfarbig, generell voll cool. Und man hätte vielleicht im rechten Teil den Screenshot nicht unbedingt schwarz machen können, weil man sieht, dass halt nur ganz rechts am Rand halt ein bisschen da war. Und links davon hat nichts, was eigentlich genau andersrum sein müsste. Ja, aber trotzdem finde ich den Banner sehr, sehr cool. Die Farben gefallen mir einfach voll gut. Auf dem 7. Platz haben wir Venture und ja, er hat einen ganz coolen Banner gemacht. Ich weiß noch nicht, was es oben rechts sein soll. Könnten Ender-Drachen sein, aber dann auch wieder nicht. Ich glaube, der mittlere Render hat Hansel mal gemacht oder... Ja, ich glaube Hansel, ich bin mir nicht mehr so sicher. Vielleicht hat er auch eher den gemacht, keine Ahnung. Auf jeden Fall finde ich die Schrift ganz okay, die gefällt mir jetzt nicht so gut. Ich bin mehr so einer, der auf 3D-Texte steht, also halt in Cinema 4D gemacht. Ich finde den Steve im Hintergrund ganz geil. Aber irgendwie ist der Kopf zu breit. Er hat irgendwie die Kamera nicht direkt auf ihn gelenkt. Ich würde die untere Version bevorzugen, weil das alles sehr, sehr schön rund ist mit dem Filter von der Filtergalerie, den Screenshot bearbeitet. Und ja, die Lächter gefallen mir auch ganz gut. Hätte er zwar ein bisschen besser machen können, aber finde ich trotzdem folgend nice. Auf dem sechsten Platz haben wir Moida und Poo und die Ränder gefallen mir erstmal sehr gut. Die Bearbeitung ist auch ganz gut, nur finde ich, dass die Lichteffekte ein bisschen zu stark sind. Die Schrift finde ich allerdings voll geil. Einmal, dass halt einfach so ein Schnitt drin ist mit Gold und Silber. Und ja, links den Teil finde ich ein bisschen zu dunkel, aber auch eine ganz gute Idee, dass man nur so die Augen vom Enderman sieht. Aber ich wüsste es nicht, dass es ein Enderman ist, wenn man nicht oben diesen Kopf sieht. Oder könnte auch ein Witherskeleton sein, ich bin mir da nicht sicher. Aber trotzdem finde ich den Hintergrund ganz cool. Hätte ich mir vielleicht noch gewünscht, dass hinter der Schrift nicht nur schwarz ist. Aber ja, cooler Banner. Auf dem fünften Platz haben wir MarksArts mit einem geilen Banner für Austrian Gaming. Und erstmal hier links, er hat sogar auf dem Monitor das Asus-Logo drauf gemacht. Also das A ist halt, ich finde es sieht voll cool aus. Und generell, wie so die Polizei in das Zimmer reingeht. Und es erzählt halt so eine richtig gute Geschichte. Der hat irgendwie so zu viel gewankt, da kommt die Polizei hier. Du hast zu viel gewankt. Auf jeden Fall kämpft er dann mit der Polizei so rechts auf dem Gras und zieht da so ein Maschinengewehr raus. Auf jeden Fall geile Idee. Ich finde zwar die Kette ein bisschen unnötig da in der Mitte, aber trotzdem geile Idee. Cooler Banner. Auf dem vierten Platz ist Multiden und Scorb. Und die Schrift gefällt mir hier sehr, sehr gut. Man hätte vielleicht noch die, also rechts, das blaue O von dem Goldschwert so ein bisschen anleuchten können. Aber ich weiß nicht, wie sich das so ergibt mit Blau und Gelb, wenn man das so mischt. Von daher, ja, ganz gut. Der linke Teil gefällt mir voll gut. Einmal wegen den Konturen, also wegen den gezeigerten Linien da. Die finde ich voll cool. Und auch die Endermänner, wie die halt diese Strahlen aus den Augen haben. Rechts, finde ich, hätte man den Skin Render ein bisschen mehr zu den Endermännern hinstellen können. Aber ich finde Banner generell sehr, sehr cool. Auch eine gute CC. Mir gefällt es nicht unbedingt, dieser Rausch-Effekt über dem Ganzen. Aber es sieht auch nicht so schlecht aus. Also, ja, geiler Banner. Auf dem dritten Platz haben wir Five Trips. Und hier finde ich sehr, sehr cool, dass er in einem Farbton geblieben ist. Einfach blau und halt schwarz. Ja, schwarz ist eine Farbe. Es sind alle Farben vermischt und so, oder? Ja, also erstmal hier links, wie er in den Beacon so aufsticht, wie er das Schwert reinrammt. Und rechts halt, wie er gerade irgendwas wegschlägt. Sieht man auch den Swipe-Effekt. Fühlt sich auch ganz cool angewendet. Die Schrift gefällt mir auch sehr, sehr gut. Die ist einfach simpel, aber dann doch wieder gut bearbeitet, finde ich. Was ich mir doch gewünscht hätte, dass im Hintergrund irgendwas zu sehen wäre. Weil es hat nur schwarz und da sind ein paar Effekte dran. Ähm, halt im Hintergrund, aber sonst halt kein Screenshot irgendwie. Ähm, aber trotzdem sehr, sehr geiler Banner. Finde ich voll gut. So, auf dem zweiten Platz haben wir Linus mit einem sehr, sehr coolen Banner. Einmal hier rechts der Supreme Hoodie hat er an. Kein Plan. Auf jeden Fall eine richtig coole Stellung, wie das Bein so nach vorne tritt und so eine Biegung macht irgendwie. Hat sich erstmal die Kniescheibe gebrochen. Ähm, linksten Teil finde ich auch ganz cool. Ähm, wobei ich da mir gewünscht hätte, dass man mehr von dem Kopf sieht. Ähm, also von dem Skin, wie er da gerade so eine Drehung macht irgendwie. Die Schrift finde ich auch voll nice. Ähm, das Einzige, was mir da jetzt nicht so gefällt, ähm, ist unten dieses Skindesign. Hätten wir vielleicht ein bisschen kleiner machen können. Ähm, aber sonst finde ich die Lichteffekte auch sehr, sehr cool gelöst. Und vor allem ein sehr geiler Platz 2. Auf dem ersten Platz haben wir Plexus. Und für mich nicht sicher, aber ich glaube, ich habe den Banner schon mal gesehen. Falls er den schon mal eingesendet hat, sorry, dass er jetzt nochmal dran kommt. Ich weiß jetzt echt nicht. Ähm, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob das ein Duel ist, weil unten dran auch ein anderer Name steht. Aber er hat nur Plexus eingeschickt. Von daher. Also erstmal zum linken Teil. Ähm, ich finde es voll cool, dass dieser Baum im Hintergrund ist. Und dass halt noch diese Blätter über den linken Teil von dem Banner so fliegen. Auch über den Skin und so. Und, ähm, ja, es ist ein Duel. Du siehst gerade Plexus and Greyfill. Und, ähm, ja, unter dem Arm sieht man also links noch immer unter dem Arm sieht man noch 7.05.2017. Also wahrscheinlich doch nicht noch schon mal eingesendet. Ähm, ja, ich finde es schwer. Links zwar ein bisschen dunkel, aber es sieht auch ganz geil aus, dass halt mehr der Fokus auf dem Boruto-Skin, das ist glaube ich, äh, gelenkt ist. Vor allem die Schrift finde ich auch sehr, sehr nice. Mit dem Gold, also ich finde die Goldfarbe richtig cool. Und auch sehr simpel, nicht zu viel. Nicht zu viel, also F.U.V. einfach gerade drauf, bisschen Drehung und, ja, dann läuft die Sache. Der rechte Teil ist auch voll nice. Ich finde zwar das rechts, also ganz rechts, weil es unter diesem Spinnenweben zu viel abgeht. Ähm, aber trotzdem sehr, sehr geiler Banner. Und sind bitte auch nächste Woche auch wieder eure Designs ein. Ähm, seit diesem Woche wirklich so viele Gute. Das ist einfach geil gewesen. Nächste Woche ist top, also Week 51. Und würde mich freuen, wenn ihr da auch wieder ordentlich einsendet. Bis dahin, ciao.